Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid beim nächsten Video von Happy Singing Batteta. Und ich freue mich sehr, denn heute machen wir ganz schön viel. Ihr rechnet ja wahrscheinlich jeden zweiten Freitag mit einem Money Mindset Video. Das werde ich jetzt um eine Woche schieben, denn heute haben wir ganz viele schöne Sachen. Wir haben heute einmal die Auslosung bzw. die Verkündung vom Gewinner meines Gewinnspieles. Von meiner 100 Envelope Challenge, die bekommt diesen tollen Preis hier. Wir haben zwei Päckchen zum Auspacken, zwei Budgeting Päckchen zum Auspacken. Und genau, ein Geschenk, das ich auch bekommen hatte, was ich gerne mit euch teilen wollte. Das fand ich nämlich ganz, ganz toll. Und deswegen fangen wir direkt auch damit an. Ich möchte gerne, dass ihr jetzt eine Runde mitsingt. Ich werde den Text für mich leicht abändern. Ihr werdet merken, wie es geht. Ihr kennt dieses Lied alle. Denn heute ist ein wunderschöner Tag für mich. Und deswegen singt bitte einmal für mich mit. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday, liebe Verena. Happy Birthday to me. So. Yay! Heute ist mein Geburtstag. Ich werde heute 37. Und ich freue mich sehr. Und ich habe gedacht, eine Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist mit euch heute zu filmen. Und deswegen werden wir auch genau das mal machen. Okay. Also wir fangen an mit tatsächlich dem Tauschpaket. Ich lasse den Gewinnspiel-Gewinner noch ein bisschen im Dunkeln sozusagen. Ich habe mit der liebe Manuela von Manuelas Budget ein Tauschpaket gemacht. Und sie hat mir das auch geschickt. Und sie hat es mir auch so geschickt, dass es eigentlich zu meinem Geburtstag kommen sollte. Und hat ganz viel liebes Konfetti reingemacht. Das habe ich leider falsch gedeutet. Denn es war glitzerndes Konfetti. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das jetzt? Ich dachte, es ist irgendwo abgegangen. Und jetzt feiert mein Staubsauger mit dem Konfetti. Aber ich habe das alles zusammengetan. Ich freue mich sehr über dieses Tauschpaket. Ich bin da sehr, sehr glücklich. Und ich habe mir die Sachen auch noch nicht genau angeguckt. Ich habe sie nur, ich sage mal, hauptsächlich entglitzert. Aber ja, wir werden sehen. Also, einmal habe ich von der Manuela einen wunderschönen Anhänger hier bekommen. Einen kleinen Engel. Den finde ich richtig schön. Der kann bestimmt an einem meiner Beine da. Und dann hat sie mir eine liebe Karte geschrieben. Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen. Wir bezwingen uns selbst. Und das ist auf jeden Fall komplett richtig. Liebe Verena, ganz viel Spaß beim Spielen. Und herzlichen Glückwunsch und eine tolle Zeit von der Manuela. So, hier seht ihr auch schon ein bisschen den Glitzerstaub. Also, es war wirklich eine sehr süße Idee. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und ich habe einfach nur 20 Minuten gekämpft, um das aus meinen Klamotten rauszukriegen. Aber ich habe dabei gelacht. Und von daher war es definitiv eine wunderschöne Idee. Und da war ich ihr sehr, sehr dankbar. So, ich habe mich mit ihr natürlich ein bisschen kurz geschlossen, was ich alles noch nicht hatte. Und freue mich sehr. So, einmal durfte ich mir von ihr ausleihen das Spartopfspiel. Das finde ich extrem cool. Weil das habe ich tatsächlich schon in einigen Videos gesehen. Das ist ja auch schon älter. Und ich habe es selber noch nie gespielt. Und ich finde es eigentlich cool, immer mal für einen anderen Spartopf zu sparen. Das sind ja relativ hohe Beträge. Von daher 5 Euro, 10 Euro, 25 Euro, 15. Vielleicht bespare ich das einfach in 10er Schritten. Und dann setze ich mir so einen Betrag zwischen 2 Euro und 3 oder was weiß ich. Und ja, aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, weil das sieht einfach wunderschön aus. Und ich hatte bis jetzt noch gar kein richtiges Sparspiel in der Routine. Von daher wird das einfach richtig gut werden. Freue ich mich sehr. Aber sie war auch so lieb und hat mir so einen kleinen Magneten mitgeschickt. Das hatte ich bis jetzt ja noch gar nicht. Das heißt, ich habe, ich kenne das noch gar nicht, wie das funktioniert mit diesen Dingern. Und wie leicht die abgehen und so. Aber ich bin schon sehr gespannt. Gut, okay, das kriegen wir schon mal hin. Also, sehr schön. Dann haben wir von der lieben Susan von Gemeinsam Sparen. Hat sie mir Dice on Ice geschickt. Das finde ich auch tatsächlich richtig hübsch. Auch wenn das jetzt so ein Winterspiel ist. Ich freue mich immer, wenn es an meinem Geburtstag schneit. Weil das Anfang März durchaus noch der Fall sein kann. Und ich glaube, die Geschichte wird mir sehr, sehr gut gefallen. Und vielleicht werde ich das einfach mal statt dem Weihnachtsspiel oder so. Was haben wir denn da? Kaminen. Irgendwas mit Kaminen haben wir gerade. Genau. Da haben wir auf jeden Fall gerade eh eine Challenge von der Susan drin. Und vielleicht besparen wir dann einfach das momentan für Weihnachten für so ein paar Monate. Ah, ich finde das wunderschön. Ich freue mich sehr drauf. Es sieht wunderschön aus. Dann hat sie mir eine kleine Challenge reingepackt. Finde ich natürlich richtig cool. 50 Euro. Und 10 Cent. Also ich glaube, zwischen 10 Cent und 2 Euro habe ich jetzt hier alles gesehen. Genau. Von daher richtig gut. Da kann man also wirklich dann auch mal wieder ein bisschen was zur Seite legen. Das ist auch immer ganz, ganz cool. Ich glaube, momentan kommt sie nicht in die Routine. Aber die ist auf jeden Fall immer noch mal ganz gut zu gebrauchen. Banana Rama. Aber das ist ja sehr cool. Weil das sind ja, guck mal, das sind ja Minions. Ah, ist das geil. Ist das cool? Okay. Ach, sehr, sehr, sehr geil. Da bin ich sehr gespannt. Muss ich echt gucken. Weil ich glaube, so viel freie... Entschuldigung. So viel freie Plätze habe ich gar nicht bei mir in meiner Spielroutine. Aber das sieht sehr geil aus. Oh, sieht das toll aus. Und ich glaube, das machen wir vielleicht auch in 10er Schritten. Wenn ich hier schon 7 Euro sehe und 10 Euro gehe, dann spiele ich lieber hier 2, 3, 4 Mal und komme dann so auf die Beträge. Ja, wir werden sehen. Freue ich mich sehr. Und dann hat sie mir eine Hülle mitgeschickt. Sehr cool. Mit einem... Oh mein Gott. Seht ihr, wie klein dieser Würfel ist? Oh mein Gott. Sehr cool. Und auch hier ist ein Magnet dabei. Und das Spiel heißt der Zauberwald. Das können wir tatsächlich in den Beträgen spielen. Da ist das höchste 5 Euro. Das kriegen wir hin. Oh, da sind Karten dabei. Und Regeln. Und uh, das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, auch die Lose gehören dazu. Oh. Bin ich ja sehr gespannt. Muss ich echt mal gucken, wann ich hier was spiele. Aber da sage ich auf jeden Fall ganz herzlichen... Ich kann das nicht. Wie geht das? Geht das so? Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Manuela. Also, ach Quatsch, ihr seht es ja so hier. Ganz lieben Dank, liebe Manuela, für die wunderbaren Spiele. Ich freue mich sehr darauf. Und mindestens eins wird bestimmt mit ins Märzbudget einziehen. Ich habe tatsächlich noch keine endgültige Entscheidung hier getroffen. Weil ich nämlich auf dieses Paket gewartet habe. Ich habe auf dieses Paket gewartet, was vor 10 Minuten gekommen ist. Deswegen wusste ich, jetzt darf ich drehen. Das war sehr schön. Und ich habe bei Butterfly Budget ein Gewinnspiel gewonnen. Eine kleine Challenge. Und die ist auch auf dem Weg zu mir. Und sobald die da ist, das könnte auch gut sein, dass die auch mit einzieht. Das könnte auch sehr gut sein. Von daher müssen wir echt mal gucken, was wir denn dann noch bespielen ab März. Ich bin mir da noch nicht schlüssig, aber ich nehme euch garantiert mit. Das sage ich euch jetzt schon mal. So, sehr schön. Und apropos Gewinnspiel. Wie wäre es denn jetzt, wenn wir jetzt mal sagen, wer hier gewonnen hat? Also, die Challenge, meine 100 Envelope Challenge. Da habe ich ja ein Cash Condensing gemacht vor knapp einer Woche. Und da ging es darum, es waren Scheine drin. Das waren insgesamt 130 Euro. Und es war ein Riesenberg Kleingeld. Und ich habe euch gesagt, ich habe euch gefragt, schätzt mal, wie viel Kleingeld das ist. Und es haben welche daran teilgenommen, haben ihre Wertung abgegeben. Und die Lösung, habt ihr vielleicht schon gesehen, sind ja insgesamt 77,81 Euro. Nur ein Kleingeld. Nur ein Kleingeld. Ja, also das war wirklich krass. Wir haben insgesamt 207,81 Euro jetzt in diesem 100 Envelope Box, wo ich mich sehr drüber freue. Und am nächsten dran, mit tatsächlich 60 Euro, war Big Family Budget. Und ich nehme an, das ist die liebe Celine. Ich sage jetzt einfach Celine. Falls du anders heißt, tut es mir sehr leid. Liebe Celine, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, du magst mein Spiel. Ich zeige es nochmal. Es ist ja mein Phasensparenspiel. Wir haben ein Dashboard, wir haben einen Tracker, wir haben die Spielregeln. Und wir haben auf der Rückseite natürlich hier jetzt die gedruckten Phasen drauf. Und genau. Ich hoffe, du freust dich. Du bekommst zusätzlich noch einen laminierten Tracker. Ja, weil dieses Spiel dauert einfach ein bisschen länger. Es sei denn, du spielst es in 10 Cent, dann geht's. Dann kann man mit 300 Punkten, also mit 30 Euro oder so dabei sein. Und ja, ich freue mich sehr darauf, liebe Celine. Ich blende dir jetzt meine E-Mail-Adresse ein, nämlich happysingingbudgeter at gmail.com. Schreib mir bitte einfach eine E-Mail und dann lasse ich dir dieses Gewinnspiel, dieses wunderschöne Spiel schicke ich dir dann per Post zu. Da freue ich mich schon sehr drauf, meine Liebe. Herzlichen Glückwunsch. So. Und hier haben ihre Knoten hier. Okay. Das ist übrigens per Amazon verschickt worden. Und die haben jetzt so, wenn man Geschenkoption geht, haben die so diese Beutel. Und den fand ich tatsächlich ziemlich cool. Inklusive Karten. Einmal hier und auch hier nochmal extra. Das ist jetzt nicht so schön, aber auch schön gemacht, generell. Und sie hat mir, ah na, so rum, ein wunderschönes Buch gekauft vom Lebenskompass, geschenkt in diesem Fall. Und zwar Deep Talk, eine Reise zu mir. Und das ist ein Drei-Jahres-Tagebuch, ihr Lieben. Das heißt, drei Jahre lang schreibt ihr jeden Tag etwas rein. Und das heißt auch über untereinander. Das heißt, hier würde dann 2024 stehen, 2025, 2026. Und es gibt immer eine Frage zu beantworten. Also welche Änderungen erhoffst du dir für die nächsten 365 Tage? Ist zum Beispiel ein Tag 1. Das heißt, da werde ich mich heute hinsetzen. Und es passt auch so gut, weil es mein Geburtstag ist. Und werde hinschreiben, okay, was wünsche ich mir? Was erhoffe ich mir für das nächste Jahr? Und man kann ja hier auch noch ein schönes Smiley anmarkern anscheinend. Wir gucken mal, was spielt bei Tag 4. Welche Dinge dürfen aktuell bleiben? Und wo erhoffst du dir positive Veränderungen? Okay, also es ist sehr zum Thema Reflexion, was ich ja wirklich sehr, sehr schön finde. Was schenkt dir Zuversicht und Vertrauen in deine Zukunft? Oh, das ist auch schön. Also ich bin sehr gespannt, weil ich habe tatsächlich ein Buch. Das habe ich selber erstellt. Für mich ist es einfach ein Notizbuch. Und das ist mein Erfolgsjournal. Und da schreibe ich auch jeden Tag das rein, was meine Erfolge waren. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann war das vielleicht Aufstehen. Dann war das vielleicht sogar Duschen gehen. Das sind dann nicht ganz schlechte Tage, aber das sind dann vielleicht Tage, wo ich nicht so motiviert war. Und dann können es aber auch so Tage sein, wo ich irgendwie zum Beispiel bei Butterfly Budget das Gewinnspiel gewonnen habe, wo ich einen tollen Job bekommen habe, wo ich einen tollen Menschen getroffen habe, wo einfach Ereignisse passiert sind, die wir in dem Moment höher bewerten, als zum Beispiel duschen zu gehen. Und das finde ich einfach sehr schön, weil genau so wie in diesem Buch, das mit drei Jahren hier gemacht worden ist, habe ich das in meinem Buch auch für mich aufgeteilt, dass ich dort vier Sequenzen habe untereinander. Das heißt, oben ist tatsächlich 2023, weil da habe ich damit angefangen. Ist nicht immer aufgefüllt, nicht an jedem Tag, aber bei vielen. Und dann 24, 25, 26. Und das heißt, da kann ich dann auch jedes Jahr sehen, was da stand am Tag im Jahr vorher, oder in zwei oder in drei Jahren vorher. Und dort habe ich mir eben auch so Monatsseiten dann gebastelt, von wegen, okay, gut, was war denn zum Beispiel im Oktober 2023 meine Highlights, 2024 meine Highlights. Weil wir vergessen so schnell, was wir alles Tolles erleben. Und deswegen bin ich da einfach ein Riesenfan von, das zu behalten und sich daran zu erinnern und das einfach wirklich zu feiern und es auch wirklich wertzuschätzen, was für wunderbare Momente du an einem Tag hattest. Also ganz häufig stehen da bei mir drin, wenn ich ein positives Gespräch hatte mit einer Person, und wenn ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin telefoniert habe gestern, anderthalb Stunden, das war sehr selten, weil sie hat ein kleines Kind und wir haben sehr selten diese Zeit zusammen und sie wohnt halt 500 Kilometer entfernt. Von daher, ja, aber wir haben gesagt, wir kriegen jetzt dieses Jahr hin, dass wir uns ein bisschen häufiger sehen, dass wir uns die Zeit füreinander dann nehmen. Von daher, ja, das sind definitiv Sachen, die ich in so ein Erfolgsjournal reinschreibe. Und mir einfach auch bewusst zu werden, dass an jedem Tag ich immer mehr Erfolge sammle, dass auch immer mehr Erfolge in meinem Leben passieren. Und das ist einfach wirklich wunderschön. Deshalb freue ich mich sehr über dieses Buch. Ich liebe das. Es fässt sich auch unglaublich schön an. Lebenskompass hat sowieso ganz, ganz tolle Bücher, was das angeht. Und ich freue mich sehr darauf, mit euch da so ein bisschen reinzustarten, beziehungsweise es für mich auch erstmal zu starten. Und wenn ihr möchtet, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann teile ich da mal was mit euch. Dann gebe ich euch gerne mal einen dieser Impulse mal mit. Und vielleicht nutzen wir gleich den ersten. Was wünschst du dir, was in den nächsten 365 Tagen passiert? Was darf da für dich passieren? Welche eine Sache oder welche zwei Sachen wären für dich riesengroß, wenn du das in einem Jahr hinbekommst? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich teile das dann sehr gerne mit euch, dass ich euch dann gerade bei Money Mindset, aber natürlich auch bei den anderen Videos, gerne einfach dann mal so einen Impuls mitgebe. Da sind ja 365 drin. Wir haben also einiges zu tun. Genau. Hier ist nochmal die Karte von meiner besten Freundin. Ich muss mal gucken, aber ich glaube, die ist relativ unverfänglich. Ich bin sehr gespannt. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Ich habe dich ganz lieb und drücke dich ganz fest. Ja, ich dich auch, mein Schatz. Ich dich auch. Von daher vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Geschenk, meine Liebe. Und jetzt geht es wieder zum Budgeting. Denn jetzt kommt es zu meinem Geburtstagsgeschenk. Okay, ich räume hier mal ein bisschen auf, denn da ist ein bisschen mehr drin. Denn auch ich habe mir etwas zum Geburtstag geschenkt, abgesehen davon, dass ich zum Harry Potter Theater gehe. Und ich habe bestellt und ich habe es mir nicht leicht gemacht, weil ich habe ja erzählt, ich habe mittlerweile über 200 Herzen bei Etsy verteilt. Und ich habe mir aber gesagt, Verena, du bestellst in einem Shop. Und ja, ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Ich hatte bei ihr noch nicht bestellt. Ich habe bei Debris Budget bestellt. Bei der lieben Nicole. Da ist auf jeden Fall schon mal ganz viel Goodies drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ein Stift. Ich liebe Stifte. Wie cool ist das denn? Sehr schön. Oh, noch so ein kleiner Würfel. Oh mein Gott. Oh, cool. So, wir schauen mal. Event Budgeting. Ah, so ein kleiner Block. Ja, der ist ja richtig cool. Sehr schön. Vielen Dank für deine erste Bestellung und dein Vertrauen in mich. Ich bin Nicole, 44 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und bin durch eine schwere Krankheit zu Kunst gekommen. Die Selbstständigkeit tut mir sehr gut. Deswegen freue ich mich über jede Bestellung besonders, weil das ein weiterer Schritt in Richtung Freiheit ist. Oh mein Gott. Nicole, ich fühle dich so sehr. Wie schön. Ich freue mich sehr, dass ich gerade bei dir bestellt habe. Gerade der erste Absatz haut mich schon um. Es geht weiter. Ich erstelle alle meine Produkte sorgfältig in Handarbeit. Dabei kann es immer mal zu Abweichungen kommen, die ich aber versuche zu vermeiden. Sollte etwas nicht deinen Vorstellungen entsprechen, melde dich bitte zuerst bei mir. Gemeinsam finden wir eine Lösung. Über eine Etsy-Bewertung würde ich mich freuen. Liebe Grüße, Nicole. Ja, liebe Nicole, die wirst du garantiert bekommen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Oh mein Gott. Guck mal. Mix it hoch fünf. Fünfmal würfeln, fünfmal losen, fünfmal rubbeln. Echt? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Ah, ja, cool. Oh mein Gott. Aber die finde ich ja noch viel geiler. Also, Entschuldigung, aber guckt euch die mal an. Back to the 80s. Ja, hier mit dem Rubik's Cube, mit den Zauberwürfel. Oh, cool. Spare pro Sticker zwei. Ah, sehr cool. Sehr cool. Die finde ich extrem schick. Die finde ich extrem schick, die Challenges. Vielen Dank, liebe Nicole. Habe ich auch nicht bestellt, ne? Das ist alles Thank You hier. Dann die Lose, die Sticker für die Kugel und ein kleiner, sehr geiler Würfel. Guckt euch den mal an. Also, die Tüte, alleine auch die Tüte finde ich ja schon wunderschön mit dem Zoom. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier diesen kleinen Würfel für euch mal rausholen kann. Seht ihr das? Seht ihr diesen coolen Würfel? Ja, ne? Echt geil. Sehr, sehr schick. Echt. Schwarz-Pink. Was eine geile Mischung. Ich freue mich gerade sehr, dass ich dort bestellt habe. Zumal ich mich auch sehr auf das eine Spiel freue, was, glaube ich, den Ausschlag gegeben hat dann. Vielleicht, wenn ihr so ein bisschen Ahnung habt vom Debris Shop, wisst ihr jetzt, welches Spiel es ist. Ich glaube, es ist sehr beliebt. Ein Stift, ah cool, mit ihrem Namen, finde ich sehr gut. Und ich liebe solche Stifte, weil ich benutze auch sehr viele radierbare Stifte. Ja, aber ich brauche manchmal einfach auch, gerade wenn es so um Braindump geht, wenn es einfach nur darum geht, aufzuschreiben, aufzuschreiben, aufzuschreiben. Meistens zerreißt man das am Ende dann, weil man es dann nochmal in sauber auf dem PC aufgeschrieben hat oder so. Oder eben das Wichtige aus den ganzen Schriften raus sortiert hat. Da brauche ich halt ganz viele Kugelschreiber und tatsächlich gehen die bei mir irgendwann alle. Von daher, danke, liebe Nicole. Sehr schön. Und das war alles nur Thank You bis jetzt. Und auch das hier ist Thank You. Auch das hier ist Thank You. Oh mein Gott. Lass mich mal schauen. Balea, you are wonderful. Oh, ist die schön. Mit süß verträumtem Duft kriege ich die jetzt auf? Ja. Also zumindest so halb. Vielleicht merkt man hier, ich bin eigentlich kein Cremetyp, aber ich bin gespannt. Nein, wir machen das nachher. Das ist ja auch gar nicht wichtig. Aber die, oh, die duftet schon fein. Die duftet schon fein. Oh, was ist das? Peel-off-mask. Shine like an angel. Oh. Okay. Ach ja, geil. Das ist ja mal was Schönes. Eine Maske. Die finde ich ja richtig cool. Ah, die will ich mal ausprobieren. Vor allen Dingen auch Selfie Project sagt mir bis jetzt auch noch nichts. Aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und Traumzucker. Hops. Hops, hops, hops. Bitte iss mich nicht. Ich bin ein, was bin ich? Ach so. Bitte iss mich nicht. Ich bin ein Abschminktuch. Leg mich in warmes Wasser und ich wasche. Oder ich wachse. Oh mein Gott. Das hier. Das ist ein Abschminktuch. Bitte. Was? Okay. Okay. Das hier ist kein. Das hier ist anscheinend kein Traumzucker, wie ich gedacht habe. Es ist ein Abschminktuch. What? Okay. Ähm. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren, oder? Also das testen wir gleich nochmal aus, Eben. Das testen wir gleich nochmal aus. Finde ich ja extrem geil. Ich hoffe, ich denke gleich dran. Aber ich will jetzt unbedingt hier. Nein. Tatsächlich, wenn ich das Ding aufmache, dann machen wir das nie. Ich hole jetzt warmes Wasser und wir sehen uns gleich. So. Ich habe jetzt mal warmes Wasser mitgebracht. Und ich habe jetzt hier auch mal einen Lippenstift. Und werde hier mal ein bisschen schön malen, dass ihr das auch sehen könnt. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Habe ich ja nicht? Was? Was? Ich glaube das ja immer noch gar nicht. Leg mich in warmes Wasser und ich wachse. Ich bin ja sehr gespannt. Also ich kenne aber tatsächlich bis jetzt auch nur Traumzucker in dieser Art. Was? Seht ihr das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wie so ein Eimerwaschlappen. Oh mein Gott. Das ist krass. Das ging ja auch in einer Sekunde, ey. Oh mein Gott. Okay, gut. Lippenstift ist vielleicht ein bisschen heavy. Vielleicht auch ein bisschen heavy Farbe. Aber. Ich benutze ja auch, muss ich dazu sagen, ich benutze sehr selten Schminke. Also vielleicht ist das jetzt auch leider nicht so ganz der Vorführeffekt, den ich möchte. Aber ich finde es trotzdem eine richtig coole Idee. Alleine auch wenn das ein Waschlappen wäre. Ja. Ich muss noch mal gucken. Aber da stand doch Abschminktuch, oder? Was steht denn da? Bitte isst mich nicht. Ich bin ein Abschminktuch. Leg mich in warmes Wasser und ich wachse. Na gut. Okay. Ich muss auch sagen, ich bin ja immer noch bei den BB-Tüchern. Von daher. Also es geht weg. Definitiv. Definitiv geht es weg. Ja. Nur nicht so schnell, wie ich es mir jetzt gewünscht habe. Aber ich fand das ja so geil, wie sich das entfaltet hat. Ja. Wie krass. Also für ein Thank you. Absolut geil. Absolut geil. Ja. Absolut cool. Sehr schön. Also ich werde jetzt mal die Sachen wieder wegbringen, damit ich jetzt hier schön meine Rest auspacken kann. Bis gleich. So. Da bin ich wieder, ihr Lieben. Ach ja. Also ich fand das sehr cool. Dieses Abwaschtuch, oder Abschminktuch, fand ich wirklich extrem cool. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, weshalb ich überhaupt bei ihr beschrieben habe. Und ich packe dieses hier mal eben noch außer eurer Sicht drin. Das war ja auch ein Grund. Ich habe das eine Projekt eben ausgesucht und habe mich dann als zweiten Artikel noch für B-Ware entschieden. You Rock finde ich ja auch schon mal wieder geil. Und zwar sind hier direkt 15 Challenges drin, was ich cool finde. So. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Also alleine auch echt hier schon wieder so schnell. Von den Farben feiere ich das voll. Feiere ich das voll. Okay. Grinch Vibes. Wie cool. Oh. Oh, mit Tracker. Ja, cool. Also mir ist B-Ware ja auch immer völlig egal. Ich bin auch noch nicht beim Perfektion angekommen. Ja, also das ist voll, voll schön. Will you be my Valentine? Oh, ist ja süß. Guckt euch mal den Hasen an. Oh, ist ja süß. Juhu. Big Ben. Also ich habe die Challenges nicht bei ihr gesehen. Ich habe heute extra noch reingeguckt bei ihrer Website und zu gucken, ja was ist es denn wohl? Warum auch immer ich das nicht gesehen habe, macht nichts. Ich liebe England, ich fahre da unglaublich gerne hin und das ist ein super Challenge für einen Ausflug, für tatsächlich sogar auch London mal wieder oder sowas. Wäre richtig cool. Karneval der Tiere. Oh mein Gott, ihr werdet es sehen. Es glitzert extrem. Es glitzert extrem. Oh, cool. Aber richtig schön. Richtig schön gemacht. Oh, noch eine Glitzer-Challenge. Guck mal, das Einhorn. Zu viel Kuchen. Oh nein, es gibt nicht zu viel Kuchen. Sehr schön. Wir haben noch ein Karneval der Tiere. Also ich weiß auch nicht, wo das hier B-Ware ist. Es ist vielleicht nicht sauber geklebt mit den Stickern oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch völlig egal. Die habe ich, glaube ich, gesehen. Die habe ich, glaube ich, gesehen. Honeymoon. 650 mindestens. Okay. Boah. Was? Und das ist eine B-Ware, ihr Lieben. Das ist eine Klappkarte. Krass. Ah, okay. Ja, hier ist es natürlich ein bisschen ungünstig, hier direkt dann da zu kleben. Aber das geht, glaube ich, gar nicht anders. Cool. Cool, cool, cool. Also die finde ich extrem schön. Ach, hier kannst du nämlich auch nochmal sparen. Genau. Ja, die hat hier halt eine leichte Delle, ne? Kommt vom Knicken. Auch. Aber. Richtig schön. Ja gut, und die ist natürlich nicht sauber, aber das macht nichts. Richtig schön. Finde ich richtig cool. Ach, die hat gar keinen Tracker. Ja gut, aber das braucht man dann vielleicht auch nicht. Sehr schön. Dicing through the snow. Oh, die ist hübsch. Oh, die ist hübsch. Die finde ich richtig schön. Ich bin ja gar nicht so der Glitzer-Fan. Obwohl, vielleicht habt ihr das schon bei Etsy gefunden. Es gibt einen Shop, der heißt Glitzer Budget. Ich glaube, sie ist in der Schweiz oder in Österreich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Die hat ja ein paar Spiele, wo ich denke, scheiße, was musst du dir eigentlich kaufen? Aber na gut, das wird auch noch bei mir einziehen. Jetzt war es erst mal Depris Budget. Wunderschön. Wunderschön. Aber würde ich tatsächlich, glaube ich, im Winter jetzt bespielen. Also nicht mehr jetzt, sondern wenn der wieder kommt. Weil, oh. Eine Oster-Challenge. Oh, guck mal, ein Oster-Bingo sogar. Oh, schön. Oh, schön. Ah, das wird hart. Ihr Lieben, das wird hart. Und guckt mal, mit dieser Mini-Tracker-Karte. Die ist ja auch richtig schön. Cool. Richtig schön. Fairy Tales. Yes. 126. Mit diesen paar Würfeln, ne? 126 Euro. Unglaublich. Richtig schön gestaltet. Richtig hübsch. Super. Na? Guck mal, das Rubbelglück. Oh, wow. Das finde ich hübsch. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Das ist richtig schön. Lächeln und Winken. Geburtstags-Challenge. Oh, wie passend. Ja, cool. Das ist ja richtig cool. Das heißt, eigentlich muss das dann in den Geburtstags-, in den Geschenke rein da, ne? Dann muss ich meinen Fasensparen woanders unterbringen. Ich muss noch mal schauen. Sehr schön. Sehr schön. 28 Tage No Sweets Challenge. Also, Nicole, das war nicht abgesprochen. Das ist, äh, ja. Das wird ziemlich hart. Aber mal gucken. Boah. Guckt euch das mal an. Ein Dashboard-Geschenke. Also, jetzt muss ich ja mal eben mein Dashboard holen, ne? Moment. Moment, Moment. So. Das ist ja mein Geschenke-Dashboard, ne? Also, von den Farben ist es ja richtig geil. Ich weiß nur nicht, ich kann mit so einen Figuren immer nicht so viel anfangen. Die sind für mich leider meistens immer eher negativ. Die Farben finde ich extrem cool, Nicole. Das hast du unglaublich schön gemacht. Ich glaube, dieses Dashboard ist sehr, sehr schön und wird einfach bei mir in die nächste Verlosung mit reingehen. Ins nächste Gewinnspiel. Weil, also, alleine vom Hintergrund her würde ich es sofort ersetzen. Würde ich vielleicht ein paar Geschenke ausschneiden und dann draufkleben. Aber leider mit der, mit der Figur wird das leider, ich meine, ich könnte da die Geschenke hinmachen, aber... Ne, die wird mir... Boah. Also, ich, äh, tatsächlich, ich kriege da nicht eine Gänsehaut oder im negativen Sinne bei sowas. Und, ähm, das weiß die Liebe Nicole aber nicht. Und von daher, ich finde es aber sonst wunderschön geschaltet. Sonst hätte ich es sofort genommen. Aber das packe ich in die nächste Verlosung mit rein. Yes. Und ein Spiel hatte ich jetzt hier eben aus der B-Ware-Tüte nicht raussortiert, weil das ganz unten war. Oh mein Gott. Guck mal, das ist auch in der B-Ware-Tüte drin, ja. Also auch da haben wir Lose und die Würfel. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite Karte oder das ist die dritte. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon den Überblick verloren. So, dann schauen wir mal. Küstenkind. Oh ja, bin ich ja voll, ne? Bin ich ja voll dabei. Oh, wow, ist sie schön. Ich komme aus Norddeutschland, ihr Lieben. Ich bin jetzt hier voll zu Hause. Oh, oh, hübsch. Guck mal, hübsch. Willy's Quest, ja, der ist, ja, wow. Oh, 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 oh. Würfel Spinnen. Also das ist wunderschön. Es ist wunderschön gemacht von den Farben. Oh, oh, die, die, die Bilder ist echt nicht für mich, was ich sehr schade finde. Oh, was ich sehr schade finde. Aber ich bin absolut zufrieden. Ich glaube, das hat jetzt knapp 20 Euro gekostet, dieses B-Warn-Tüte. Und bin absolut zufrieden. Ja, so viele geile Challenges mit Würfel, mit Losen, mit alle, mit Klappkarten. Und das war so, so cool. Also, vielen Dank, Lebe Nicole, für diese absolut tolle B-Warn-Tüte. Freut mich sehr. Freut mich sehr, sehr, sehr. Über die No-Sweet-Challenge müssen wir uns nochmal unterhalten. Aber, ja, ist vielleicht mal eine Anregung, ne? Ist vielleicht mal eine Anregung dann. So, jetzt kommen wir, ihr Lieben. Und ich mache extra nochmal ein neues Video, weil ich glaube nicht, dass ich innerhalb von fünf Minuten durch das wunderbare Spiel bin. Das Spiel, weshalb ich überhaupt bei Debris die Budget bestellt habe. Räumen wir mal auf. So, der Grund, warum ich bei Nicole bestellt habe, ist das Welpenbummler. Oh mein Gott. Ja, was ein Sparspiel. Ich bin jetzt schon, ich war schon geplättet, als ich es gesehen habe bei einigen. Ich glaube, so viele spielen das noch gar nicht. Aber, oh, es ist schön. So. Lose. Wieder diese coolen schwarz-bunten Würfel. Sehr, sehr schick. Und 10.000 Karten. Finde ich extrem gut. Fangen wir an mit einer Rubbel-Challenge. Da ist schon mal Start. Ach, guck mal. In Australien starten wir. Weltreise buchen, Endstation. Endstation ist hier, okay. Spannend. Lass der Tracker, okay. Ich würde mir das jetzt gerade alles so gerne einfach nur einlaminieren, weil ich einfach sage, ey, oh. Aber dann kann ich gar nicht mehr rubbeln. Das wird dann schwierig. Und zwar kommen wir dann durch die unterschiedlichsten Sachen. Wir kommen nämlich zum Opernhaus in Sydney und haben da einmal, also diese Challenge ist ja auch so absolut was für mich. Spare pro Note 5 Euro und ziehe ein Los für die Notenschlüssel. Okay, richtig cool. Und die Koalas im Sydney Opernhaus. Sehr schön. Und ein Spartracker. Dann sind wir im Kolosseum. Finde die goldenen Münzen und spare 10 Euro. Okay. Ziehe Lose und Rubbel. Okay, ich denke mal da werden die Lose gezogen. Sehr cool. Und auch hier ein einzelner Tracker. Stone Hatch fand ich natürlich extrem cool. Oh, ist das hübsch. Das ist mit Sicherheit auch. Entweder muss man dann Steine finden oder man muss da auch Lose ziehen. Oh, guckt euch das mal an. Hier sind auch, hier sind Punkte. Also es ist nicht zum Rubbeln, aber zum entweder was rein streiten oder rein streichen oder was auch immer. Ich bin gespannt. Pyramiden von Gizeh. Yes. Yes. Die sieht so cool aus. Würfel mit zwei Würfeln und spare die Summe. Also das wird sauteuer hier. Das muss ich eigentlich auch in 10 Cent spielen. Oh. Ich will das eigentlich unbedingt spielen. Ich will das unbedingt spielen. Oh mein Gott. Und natürlich nochmal London. Big Ben. Oh wow. Oh wow. Da kann man auch eigentlich schon fast jede kleine Challenge dann für einen Spartopf machen. Und dann besparst du einfach nur dieses Spiel. Das ist auch möglich dann. Definitiv. Und auch hier natürlich einen wunderschönen Tracker. Dann gibt es noch den Reiseführer. Also nochmal einen Tracker. Den könnte ich mir vielleicht mal einlaminieren dann. Dass ich zumindest einen habe, der dann einlaminiert ist. Ich hätte irgendwie auch noch gerne eine Anleitung. habe ich jetzt noch keine Anleitung gefunden oder jetzt bin ich gerade irritiert. Ich meine, wir können hier nochmal reingucken. Aber da sind eigentlich nur, ich sehe da nur lose. Klapplein, 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 Karte. Klapplein. Beziehungsweise den Text, den sie bei dem Etsy-Projekt-Produkt geschrieben hat. Vielleicht steht es da ja auch einfach schon drin, wie das funktioniert. I love it. I love it. Oh mein Gott, ich bin so zufrieden. Ich bin so zufrieden, das wird der Hammer werden. Das wird der absolute Hammer werden, Weltenbummler. Yes, 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 yes. Ich bin so zufrieden. Ich bin so zufrieden. Schauen wir hier nochmal rein. You make a difference. Oh mein Gott. Liebe Nicole, alleine deine Einstellung schon wieder, die feier ich extrem. Feier ich extrem. Oh, wir haben so Klebepunkte. Wisst ihr, die sind für Stone Edge. Die sind bestimmt für Stone... Pinke Klebepunkte auf Stone Edge? Moment, was haben wir da? Schüttepunkte? Noch mehr. Pink, okay. Und ein Kratzer. Ein Rubbelwerkzeug habe ich. Uh, das ist doch gut. Sehr schön. Also ich weiß noch nicht, ob ich mit diesen kleinen Würfeln spielen kann, aber wir sind gespannt. Wir werden es zumindest mal versuchen. Ich habe von der Patty ja auch so einen wunderschönen Grünen bekommen. Ich werde es mal versuchen. Ich werde es mal... Ich werde mich einfach mal darauf einlassen. Oh wow, jetzt darf ich vor allem den ganzen Lose nicht durcheinander kriegen hier. So. Ihr Lieben, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe eine wunderschöne Challenge. Ich habe 15. 15 wunderbare B-Ware Challenge. Ich habe ein wunderbares Tauschpaket bekommen. Und zu meinem Geburtstag den wunderschönen 3-Jahres-Journal. Das wunderschöne 3-Jahres-Journal von meiner besten Freundin. Ich bin sehr zufrieden. Es ist ein sehr schöner Geburtstag, ihr Lieben. Und ich bin jetzt ja auch ein bisschen... Ein bisschen versucht zumindest jetzt mal zu gucken, ob ich nicht doch jetzt mal die Spiele festlege für März. Ich weiß, es ist noch nicht. Okay. Wir werden es sehen. Also wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, ihr Lieben. Genießt das hoffentlich schöne Wetter. Bis dann. Ciao.